ja willkommen mein name ist daniel und ich begrüße euch zurück zu let's play tales of graces f und schon wieder hier in diesen dunklen mantel das werdet ihr ein bisschen öfter sehen ich habe wieder ein bisschen trainiert wieder ein paar neue titel bekommen was haben wir hier staatshaushalt abzweiger für 50.000 galt ja so viel geld haben wir schon schattenreich adept und das war's und bei ihm art autorität und einige arzt und bei ihr eine art zwei art und bei ihr art und klingen erleben messerstecherin und bei ihr gar nichts groß ich habe schon die titel ausgerüstet die ich am liebsten aufleveln will und ich sollte vielleicht etwas in den mixer tun habe ich schon okay und ja ich würde sagen wir gehen dann direkt zum thronseil weil da müssen wir nämlich hin wir sind dann nämlich im neuen schloss baron aber ich hätte mal vielleicht erwähnen sollen was in den letzten part passiert ist und so arbeiten wir zum thronseil wir haben hier geschäftliche sachen zu erleben ja die vier passen schon das kalte irgendwie nichts mit barona zu tun deswegen machen wir die mit unseren trupp fertig richard how dare you show your face here and it's over dear uncle my army has the capital surrounded what is that really you what a stupid thing to say i have come to avenge my father i am the the rightful king of this land epic music in coming sauer komm her natürlich mit richard welche level 39 ok und wir ziehen so wenig ab wenn wir jetzt schon mal gut so alle in deckung ja besonders ich nein ja das war es mit es war ich glaube es nicht so viel muss ich mich erst um dich kümmern man und klicken aber das ist ich mache mir die andere nicht so komischen wenn man drückschaden sich irgendwas machen kann ich sollte vielleicht umstellen auf allem weil fällt mir nicht dass sie so nah an uns kommt also an z wird man sich nicht an uns irgendwie hätten wir ihn hier voll bin ich gut die angriff übrigens schon nein nicht auf scheria bist du eigentlich irre ja eine sekunde auf scheria und schon tot und dann weißt du nicht sag mal sag mal gehst du weg von unseren heilern sag mal gehst du weg von unseren heilern das ist beim auch irgendwie du den angriff kann das sein ja komm heimlich gibt es nicht getroffen weg von mir geh weg von mir besonders mit einer mystik art wenn die dinger können wir nicht rein beziehungsweise ist nicht nur gut nein ich hoffe schön weg von sophie vor mir auch bitteschön weg danke nein nicht auf die macht aber auch gar nichts um ausweichen ja ordentlich nein und ganz ehrlich bitte bleibt hier gut Aua. So, komm her. So, einmal. Glaub mir, das war noch nicht der erste. So, komm her. Schade. Hätte meiner Meinung nach noch klappen können. Aua. Oh. Achso, ich wollte schon sagen. Nein, weg von Cheria. Ja, da greift ihr aber auch nur einmal an und dann ist sie schon weg. Ne? Dann ist sie schon weg. Dann ist sie schon weg. Einfach so. Langsam bist du nervig, Aua. Aua. Oh Gott. Oh Gott, nein, Hilfe. Aua. Nein, 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 nein. Gut so. Oh Gott. Boah, einfach knapp. Aua. Aua. Und bin ich froh, wenn wir viel stärker geworden sind. In Sachen Arzt und so. Aber, nicht da reintreten, nicht da reintreten, danke. Oh, gut, 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 gut. Da bricht an, da bricht noch alle hier. Aber ich kriege ihn nicht in der Luft an. Oh nein, oh nein. Aua. 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 Wir haben noch Tränke des Lebens, als ich noch cool. Aua. Aua. Geht er wieder einmal auf Sheffield los, ne? Oh, das gibt's nicht. Er steht gerade richtig beschissen. Alle. Außer Eskel. Äh. Aber Hilfe. Aua. Mit mich töten. Geht auch nicht los. Dann. Aua. 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 hat ich bin ich bin aua nein da gibt es nicht weil wir noch verarscht im ersten moment hat weg man super onkelchen gibt es nicht im allerletzten moment verliere ich hier noch ihr wollt ich verarschen wir sind ja schon gewohnt hat mich einige spiele wirklich verarschen aber dann zu viel das gibt es nicht da sehe ich nicht ein so eine verarschung manchmal ich habe das schon gewonnen ich könnte mich nicht so kotzen noch mal irgendwann hier ein kampf auf böse schaffen schön sein den kampf jetzt zweimal zu sehen vor allem jetzt werden zum ersten mal jetzt ab erstmal abgezogen ist so weit von zum heulen aber 666 ist eigentlich ihre onkelchen und chari ist immer noch mit einem schlag tot die wiederbeleben danke aber nein nicht auf mich nicht auf mich danke nein nicht auf mich habe ich gesagt nein auch nicht auf erste sänger weg von esper ist mein ritter ja ich könnte immer noch so katzen warum habe ich gerade verloren was soll hat im wat für ein universum leben wir hier bleibst du hier ich habe kann doch den ganzen weg denn zu laufen ja du fragst du ein bisschen zu schnell ich hätte pascal mitnehmen sollen wohl die freck genauso schnell aber aber ich war unbedingt hier so wie heißt hat noch mal erholung in dem flug aber so jetzt bist du dran jetzt bist du dran zack scheitelhose und jetzt noch mal komm schon stirb der gold nie der gold nie dieses bild an wow oh gott guckt euch die titel an so viel zeug gut dann würde ich aber sagen wir ich beende im part hier kann ich irgendwie pause ok ich bin in dem part hier und wir sehen uns dann ja was auch immer jetzt gleich passiert ich weiß es war aber trotzdem mir nicht bäh tschüss